so leute es geht los wir haben jetzt fünf nach drei mittwoch und wir fahren jetzt nach berlin zum videodreh von tag 1 nach dir und jetzt zeige ich euch ganz kurz meine ausstattung für die fahrt das einmal hier ein brot eine rindswurst ein paar gurken einmal hier die thai sweet chili chips eine flasche wasser etwas klopapier zum kacken und ein salat so das mit dem klopapier war natürlich spaß ist nicht zum scheißen sondern mir ist mein salat dressing in folgender tasche ausgelaufen in der hier ist die rapsul tasche geil oder und hier könnt ihr schwer erkennen dass da schön dressing unten drin ist ganz genau da das ist im steves an auto ich wurde gefahren von meinem chauffeur das winken ja so schön genau da drüben seht ihr zwei jungs die dafür verantwortlich sind dass die stimmen meistens leise das ist der neue produzent der michi und der christoph dem der die kleider zu klein sind ist der michi und der andere so die reise kann losgehen es geht nach berlin videodreh tag 1 nach dir und irgendwann es geht los was hast du hier versucht jetzt diesen automat zu packen wir sind ja wie gesagt normalerweise profis aber du weißt nicht einmal so einmal so also einmal nach vorne und nach rechts den bär am kopf wenn du es schaffst in am kopf zu packen geht es vielleicht weiter weiter stop als nicht weit genug scheiße ja jetzt stoppt ja 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 das könnte es können was werden das könnte was werden da ist er ich weiße sie ja ich muss wissen wir sind einfach profis sagen ja guckt euch den an wie flauschig er doch ist die könnten wir eigentlich verlosen vielleicht ist angekommen in berlin sind jetzt im hotel und wenn wir jetzt auch schnell schlafen gehen weil morgen geht es und wir zwei können ausschlafen was sagst du dazu ich gehe danach wieder starten direkt danach war der erste ich wollte es mal erwähnt haben wenn das nicht passiert wird mir auch kein zweites Haus mehr passiert wie wo wie wie die Uhr wie wie die Uhr ich aufstehen musste 26 Uhr hast du geschafft? ja ja ich war ruhig ich war noch kurz beim Frühstück ja jetzt bin ich schon mal ich bin mir so einiges erzählt ich bin mir sehr ausgenutzt 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 ich bin so früh aufstehen jetzt finden wir mal den schönen Jan wie er geschminkt wird damit er noch schöner ist ich schmink wieder ein na na bist du schon schön jetzt nehme ich hier auf ne wolltest du eine Maske haben ne warte mal ich kriege jetzt doch noch keine Maske ich kriege jetzt doch noch keine Maske das ist der Oliver Sommer ein ganz besonderer Freund von uns der immer beim Set ist wie ein Fan so so nah jetzt so so nah jetzt so so nah jetzt so so nah jetzt bin ich weit ok hier wenn du so weit weg bist dann machen wir die Augen zu wie viel ich bin du so ich bin eigentlich ich bin du ich bin du 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 Vielen Dank.